Es gibt Dinge, die sind so unfassbar, dass man sie nicht einmal glauben kann, wenn man sie mehrfach mit eigenen Augen gesehen hat. Es fällt uns schwer, Dinge zu glauben, die wir für absolut unmöglich, für ausgeschlossen, für unvorstellbar gehalten hätten. Wir mögen sie vor uns sehen, aber unsere ganze Lebenserfahrung sagt uns, dass das nicht möglich sein kann. Ein Bundeskanzler, der in der schwersten Wirtschaftskrise des Landes die Bürger in ihrem Leid, in ihren Ängsten, in ihrer Not auslacht, ist so etwas. Unsere eigene Empathie sagt uns, dass kein Mensch zu so etwas fähig wäre, schon gar nicht ein Mensch, den Millionen Deutsche in der Hoffnung gewählt haben, dass er ihr Leben besser macht. Erst wenn wir das Video wieder und wieder abspielen, wird uns bewusst, doch, das ist tatsächlich so passiert. Hier ist unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der mit dem Slogan Respekt für dich die Wahl gewann. Schauen Sie. Ich bin Unternehmer und bitte erschrecken Sie jetzt nicht, ich habe eine Bäckerei. Neudig kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Sie können nicht glauben, was Sie da sehen, konnten wir auch nicht. Deswegen schauen wir es uns noch einmal an. Ich bin Unternehmer und bitte erschrecken Sie jetzt nicht, ich habe eine Bäckerei. Neudem kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Niemand in diesem Land käme dieser Tage auf die Idee, einen Bäcker auszulachen. Niemand außer unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir alle kennen inzwischen die Not der Bäcker in dieser grauenvollen Energiekrise. Die frühesten Frühaufsteher unseres Landes, die Menschen, die dafür sorgen, dass wir morgens Brötchen zu essen haben, wissen nicht mehr, wie sie noch überleben sollen. Nach ihrer Kunst haben wir eine ganze Mahlzeit benannt, die für unsere Kultur steht, für unsere Zivilisation. Unser Abendbrot. Die Bäcker haben nichts falsch gemacht, nicht schlecht gewirtschaftet. Sie haben bloß den Fehler gemacht, die leeren Versprechungen der Regierung über sichere, bezahlbare Energie, die Energiewende und eine Inflation zu glauben, die bloß vorübergehend sein sollte. Jetzt stehen sie vor den Trümmern ihres einzigartigen Handwerks. Jetzt stehen sie vor den Trümmern.